Musik Also wenn man dann die Musik auch hört, dann ist man da auch einfach drinnen und es ist irgendwie ein total schönes Gefühl und auch so ein bewegendes Gefühl und dann muss man einfach dazu tanzen, man ist dann auch in einer ganz anderen Welt. Eine andere Welt, in die tauchen Maximilian und Nicole mehrmals pro Woche ein. Die beiden haben sich ganz dem Tanzen verschrieben. Seit gut zwei Jahren tanzen sie sich als Paar quer durch Samba, Chife, Quickstep, Walzer und Co. Was im Kindesalter als Hobby angefangen hatte, machen die zwei 14-Jährigen mittlerweile professionell. Dazu gehört viel Training, das mit einer normalen Tanzstunde nichts mehr gemeinsam hat. Also vor allem auch auf die Performance, also die Ausstrahlung ist sehr wichtig, dass ich vor allem dann gerade dastehe und nicht dann so drin hänge, wie sonst wer. Und ja, das ist eigentlich ziemlich wichtig, außer der Technik und sonst. Also ich finde auch, die Performance ist am wichtigsten, weil die Zuschauer sehen das ja eigentlich am meisten, die interessiert es jetzt nicht, was für einen Schritt ich da jetzt gerade gemacht habe oder ob der jetzt größer war oder kleiner, sondern eher wie man nur rüberkommt. Und das trainieren wir eigentlich auch am meisten, besonders vor den Turnieren. Trainiert werden Maximilian und Nicole von Beate Fenster vom Tanzsportclub Bad Wördeshofen. Sie weiß, worauf es ankommt. Zusammen mit ihrem Mann Erich ist sie selbst im Paartanz deutschlandweit erfolgreich. Bei den Turnieren achten die Richter neben Technik und Ausstrahlung noch auf einiges mehr. Unter anderem auf die Kleidung. Zum Beispiel wurde ich mal, ich sag mal, angemeckert, weil ich eine Fliege hatte mit Punkten drauf und die sollte eher einfarbig sein. Also da gibt es sowas auch schon mal, dass ich mir dann eine andere Fliege anziehen soll oder so. Also ich habe halt immer im Kopf, also wenn ich was Neues lerne, wie es später aussehen soll. Also ich weiß immer, wie ich es dann später können will. Und ich trainiere das eben so lange, bis ich es für mich so perfekt kann, wie in meiner Vorstellung. Also das finde ich am Tanzen das Allerbeste. Das macht mir Spaß. Und doch, Paartanz ist für einen 14-jährigen Jungen eher ein ungewöhnliches Hobby. Maximilian aber lässt sich davon nicht beirren. Von Schubladendenken hält er wenig. Also meine Freunde, die finden es eigentlich richtig gut, ja. Weil die haben mich ja auch schon vor Tanzen sehen in der Schule. Also die sind ziemlich beeindruckt. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Jüngeren ist. Ich glaube schon, dass man da gehänselt werden kann, leichtsam. Aber ich habe das jetzt in der Form eigentlich noch nie erlebt. Also ich habe da jetzt bisher nur positive Eindrücke sammeln dürfen. Also wir haben auf jeden Fall einen Hasstanz. Ja, Tango, also wollen wir eigentlich jetzt eher nicht so tanzen. Weil es immer so schwierig ist, ja. Und wir tanzen auch dann immer. Aber Lieblingstanz, ja, das variiert immer. Kommt auf die Laune an. Manchmal hat man voll Lust, Jive zu tanzen, weil es so locker ist. Aber manchmal ist auch so ein langsamer Walzer total schön. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Dass die beiden den Tango nicht mögen, ganz ehrlich, als Laie sieht man ihnen das nicht an. Bei ihrem nächsten Turnier immerhin werden sie um den Tango herumkommen. Denn bei der kommenden Bayerischen Meisterschaft dreht sich alles um die lateinamerikanischen Tänze. Also es wäre schon cool, so einen guten Platz auf dem Treppchen oder so zu kriegen. Aber wenn wir jetzt sechster Platz wären oder so oder halt einer der letzten, dann ist das jetzt auch nicht so schlimm. Also Hauptsache wir finden, dass wir gut getanzt haben und dass wir Spaß hatten. Ja. Mit der Einstellung können Maximilian und Nicole dem Turnier sehr gelassen entgegensehen. Das Hördeshofer Tanzpaar scheint einer guten Zukunft entgegen zu tanzen. Und wer weiß, vielleicht winkt in ein paar Jahren sogar der Titel des deutschen Meisters.